So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Einfach Zocken. Heute geht es um die Bundesliga-Prognose für das Spiel Schalke gegen Hertha BSC Berlin. Man sieht, die Ausstellung ist soweit umgeändert. Serdar Burgstaller Uth, Caligiuri Schöpf-Rodi, Konoplianka Mendel, Naldo Sané und Ralf Fährmann im Tor. Das Ganze also soweit abgeändert mit der Dreierkette. Ansonsten spiele ich eigentlich fast nie die Dreierkette. Also ist auch nicht so ganz meine Spielweise auf FIFA. Deswegen wollen wir mal gucken. Fangen wir an von rechts nach links, ob das heute was gibt. Und vielleicht der erste Angriff. Burgstaller verliert den Ball. Vielleicht mal allgemein. Ich habe mich jetzt für die Schalker-Seite entschieden, weil ich es einfach sehr interessant fand. Finde die Mannschaft von Schalke dieses Jahr mit großem Potenzial. Letztes Jahr schon Vizemeister. So wie ich finde, haben sich ganz gut verstärkt. Jetzt mal insgesamt über die Entwicklung unter Christian Heidel. Gute Chance hier. Dann war das mal gut. Ja, unter Christian Heidel. Ich finde, macht einen tollen Job. Wie gesagt, so sehr ruhig geworden rund um Schalke. Insgesamt natürlich im Gespann mit Tedesco. Jetzt müssen wir aufpassen. Da vorne ist Wiederdivisewitsch und da ist es 1 zu 0 für Hertha BSC Berlin. Wiederdivisewitsch. Den kann man da nicht so rumlaufen lassen. Das geht nicht. Das ist immer schlecht. Ja, gut gemacht. Freigespielt. Und das ist das gefährliche am Hertha. Die stehen hinten gut und vorne brauchen sie dann nur eine Chance. Die brauchen eine Chance. Also, seitdem Paul Dardai da Trainer ist, ist das sehr intensiv. Ich weiß gar nicht, wie lange er jetzt schon da ist. Fünf Jahre oder so. Also, das ist ja wirklich schon eine beachtliche Zeit, die er jetzt in Berlin Trainer ist. Ja, wie gesagt, nochmal zu Schalke zurück. Schalke, Tedesco, Heidel. Eigentlich super. Wie gesagt, bin auch sowieso ein ganz großer Heidel-Fan. Auch schon unter Mainzer Zeiten hat er eigentlich einen Top-Job gemacht. Also, das, was er da mit den Möglichkeiten rausgeholt hat. Also, wenn er das mit Schalke rausholen würde, was er aus Mainz rausgeholt hat, dann werden sie auf jeden Fall noch einen großen Titel in den nächsten Jahren gewinnen. Ja, wieder Ibizewitsch. Den darfst du so nicht laufen lassen. Und der vielleicht noch an Bord zu Ibizewitsch. Immer noch auf einem Top-Niveau. Also, selbst bei FIFA, ich habe es gerade gesehen. Hat auch schon graue Haare da bekommen. Ja, jetzt über die Außen. So wird es sehr schwer zu kommentieren und gleichzeitig zu spielen. Schöpf mit dem Schuss. Pfosten. Nochmal die Flanke rein. Jetzt nochmal Schöpf. Nein. Schade. Ja, und da sieht man die Herthaner. Die kontern einfach klasse. So, trägt sehr zielstrebig nach vorne. Also, wenig Querpässe, sondern einfach nur vertikal spielen. Immer nur in die Vertikale mit tiefen Pässen oder Pässen in die Tiefe. Relativ schnell. Und ansonsten hinten gut stehen. Heißt die Devise für Hertha. So, jetzt hier mal eine kleine Ballstaffette. Da rollt der Ball mal ganz gut. Aber da ist noch nicht die Lücke da. Und wenn ich so einen Pass sehe, ey. Ah, ja, 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 ja. Da spricht ja schon ein bisschen die Verzweiflung hier aus dem Schalkerspiel. Ja, da ist noch der Devisevic. Den kriegen sie nicht so richtig festgemacht hinten. Obwohl ich sagen muss, die Dreierkette fällt mir sehr gut mit Sané und Ronaldo. Ich weiß nicht, wer in Deutschland eine Bundesliga-Kette ist. Ich glaube, da könnten sie überall spielen. Also vielleicht bei Bayern. Aber sonst, der Verteidiger Sané und Ronaldo ist nicht ganz so verkehrt. Vor allem die Kopfballstärke, die natürlich durch die beiden entsteht. Das ist natürlich brutal. Und hier sehen wir auch die Hertha. Ja, die machen es gut. Die machen es gut. Da ist wieder die Visevic. Eswein. Da ist das Tor. Tor. Alexander Eswein. 2 zu 0 für Hertha. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das gelingt dem Berlinern heute der Auswärtssieg auf Schalke. Da hängt der Schalke ein bisschen in den Zugzwang. Wir müssen ja eigentlich die drei Punkte jetzt im zweiten Spiel holen. Das wäre schon sehr wichtig. Damit es eben nicht diese gesagte Unruhe gibt. Und da kommt die Flanke mal rein. Da muss man besser verwerten. Kono Plejanka da mit dem Kopfball. Kriegt er nicht richtig aufs Tor. Ja. Da muss man ein bisschen mehr mit Pressing hier. Wir haben ja durch diese Dreierkette natürlich die Funktion, dass wir vor allem im Vorwärtspressing viele Spieler im Mittelfeld haben. Aber natürlich auch das Problem, wie man es hier sieht, die Außen dann, vor allem in der Rückwärtsbewegung, kriege ich das nicht so gut hin. Deswegen spiele ich auch sehr selten nur die Dreierkette. Weil ich das nicht so hinbekomme. Man möchte ja dann eigentlich im Verteidigen die Fünferkette hinten haben und nicht die Dreierkette. Vor allem dadurch, dass du dann natürlich die Außenläufe dir ganz oft fängst, wenn du hinten nur drei Spiele hast. Dann hast du natürlich die Mitte zu. Da guckt man auch drauf. Das war natürlich ein einfacher Ball für Fährmann. Und deswegen spiele ich einfach nicht gern die Dreierkette, weil ich es persönlich, und das liegt auch eher an mir, anstatt an dieser Taktik, das ich nicht so gut hinbekomme. So, Halbzeitpause. Schauen wir uns vielleicht mal ganz kurz die Daten an. 53 Prozent Ballbesitz, drei Schüsse, aber keine aufs Tor. Das ist natürlich schlecht. Das wollen wir natürlich in der zweiten Halbzeit ändern. Wir wollen mal ein paar mehr Schüsse aufs Tor bekommen und gucken, ob wir es noch drehen können. Versuche jetzt mal ein bisschen früher noch drauf zu gehen, ein bisschen mehr ins Pressing noch zu gehen. Vielleicht die Mittelfeldspiele da noch ein bisschen mehr zu nutzen, weil man da ja eigentlich große Vorteile gegenüber den Berlinern haben müsste. So, da ist auch schon der erste Europa zu Ball durch ein gutes Pressing. Natürlich dann Fehlpass provoziert. Jetzt, da ist Marc Uth, Serdar, und da ist das Tor, da ist das 2 zu 1. Schanke, gelingt der Anschlusstreffer. Serdar, der neue Spieler, aus Mainz gekommen. Natürlich einer, den der Heidel auch kennt. Also ich glaube, Serdar war sehr lange bei Mainz. Ich glaube, schon seit 2008, also in der Jugend von Mainz. Auch schon mit dabei. Ist ja erst 21, der Junge. Hier wird auch noch ein bisschen ein paar gute Spiele für Schalke spielen. Von bin ich mir überzeugt. Das erste Spiel haben die Schalke ja 2 zu 1 in Wolfsburg verloren. Ich habe das Spiel gesehen. Und ich fand es natürlich nicht ganz so überzeugend. Das muss man sagen. Torschuss hier. Und es gibt Eckball für Schalke 04. Mende. Kauft ihm da rein. Porodi am Ball. Aufschöpft, aufschöpft. Gute Ballstaffette, Mbrulo. Man kriegt den Schuss da nicht aufs Tor. Ist natürlich denkbar schlecht. Wenn das nicht hinbekommt. So. Bockstaller. Na gut. Ja, und da muss jetzt mal ein Torschuss hier kommen, Rodi. Mit dem Fehlpass. Und jetzt kommen die starken Berliner, die natürlich vor allem im Vorwärtspressing da einiges leisten. Bockstaller. Bockstaller, war das ein Foul? M'Bolo. Aufschöpfung, ihr müsst mal schießen. M'Bolo. Kriegt die nicht aufs Tor. Kriegt die nicht aufs Tor, ich. Jetzt ist es nicht. Jetzt mal die Ecke. Vielleicht schwebt es noch so. Eine Standardsituation. Kono Prianka. Guck mal vorne. Aber das ist eine schlechte Ecke. Das ist eine schlechte Ecke. Und jetzt trägt natürlich das Umfeldspiel der Berliner. Kali Touré. Vielleicht mal insgesamt zur Taktik von Tedesco. Geht ja ganz gut auf. Auch wenn er jetzt in der ersten Saison sehr defensiv agiert hat. Und ja, meist eher abwartend. Und dann, ja, fand ich, haben sie natürlich schon auch öfters ein bisschen Glück gehabt. Aber öfters Glück ist noch bekanntlich können. Das haben wir schon bei den Bayern immer gesehen. Und jetzt mal da muss der Person mal auf die Außen kommen. M'Bolo. So mehrere Chancen hier vergeigt. Das ist die 78. Das ist die Minute. Da muss man aufpassen. Fähigen wollen die Schalker das Spiel natürlich nicht. Die werden jetzt nochmal alles nach vorne werfen. Aber Berlin, die sind natürlich abgezockt. Die Ertahner. Das ist natürlich genau der hier Spiel, wenn sie führen, um über die Konter zu kommen. Ja. Und jetzt mal schnell den Ball hier von Fährmann. Auf die Außen im M'Bolo. Verliert den Ball direkt wieder. Und jetzt Doppelpass. Und jetzt mal schnell nach vorne. Vielleicht nochmal das Wort zu Tedesco. Viele haben sich ja aufgeregt über ihn. Es war auch für mich eher so ersichtlich, dass ich dann so dachte, okay, öfters dann war es schon so. Dann war es mein Kopf voll von Naldo sehr oft. Standardsituationen natürlich, wo Tore entstanden sind. Das muss man sich auch erarbeiten. Also im Endeffekt zählen die Punkte, die man holt. Aber ich würde mir jetzt schon wünschen, dass die Schalker in dieser Saison vielleicht noch ein Stückchen aktiver werden. Einfach vielleicht ein bisschen ansehnlicher im Fußball. Spielen. Aber wie gesagt, Vizemeister und Erfolg hat ein Recht. Das bin ich auf jeden Fall auf der Seite. Also ich bin da kein Kritiker davon. Und das Spiel ist aus. 2-2-1. Gewinnt die Hertha. Gegen Schalke 04. Das ist die Bundesliga-Prognose für das Sonntagsspiel. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt es mal in die Kommentare, was man noch verbessern kann. Ansonsten, wie gesagt, ich werde auch ein kleines FIFA 19 Journey machen. Wie gesagt, das kommt ja bald zum Release. Hier sieht man nochmal die Spielerwerte. Eigentlich Rudi. Nicht der beste Spieler. Stimmt, da außen ist noch Marc Uth und Caligiuri. Und das gibt auch so ein bisschen das wieder, was ich im Spiel so ein bisschen gespürt habe, dass die rechte Seite sehr krass war. Aber Rudi, auf jeden Fall eine Passmaschine. Gehen wir gleich mal auf die Pässe und gucken uns das mal an. Ja, 13 Pässe gespielt. Und das ist auch interessant. Burgsteller vorne, der natürlich als zentraler Stürmer immer wieder in der Anspielstation ist. Und dann aber nicht draufknallt, sondern den Ball nochmal abtitschen lässt. Das sieht man auch im Schalker Spiel sehr häufig. Dass er wirklich da vorne nochmal als Anspielstation ist. Die Bälle hält und dann natürlich nochmal auf außen spielt. Und das ist immer super interessant. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das war das Spiel Schalke gegen Berlin. Ansonsten bleibt dran, abonniert mich. Ich sag ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.